mei leute und ich begrüße euch zurück bei gott of war zieht euch rein im hintergrund der kampf ich glaube es ist hermes und zwischen diesen titanen ist im vollen gange wir sind in olympia angekommen und ich glaube er wird unser nächster gottesboss da gehe ich mal von aus aber das werden wir dann noch sehen zu gegebener zeit wie gesagt olympia ist gefallen mehr oder weniger auch schon im arsch ihr dürft abhauen euch tue ich nix ist das überhaupt hermes ich weiß nicht da bin ich jetzt auch überfragt so ein bisschen magie könnten wir gebrauchen das aber nur eine energiekiste was haben wir denn hier so schießen wir einfach mal seht ihr das im hintergrund wer ist er denn ja wie geil ist das bitte haben wir gar nichts gebracht und lange so bis jetzt hält sie halten sich seine angriffe in grenzen und jetzt haben wir schon gute wirkungstreffer geben ich glaube das könnte ein guter kampf werden ein bisschen zurück so jetzt aber was haben wir denn da jetzt so die schlange hat mich eh genervt du penner jetzt kämpft einfach mal aufrecht na ich will blocken na voll treffer der hat noch einen löwenkopf und noch einen ziegenkopf oder was das ist den ich ihm jetzt auch abhaue komm mal ran hier auf den meter rennen die euer genau so das hat noch nicht viel gebracht das aber jetzt aber junge jetzt so direkt von anfang an in deine scheiß fresse so jetzt alter schwede jetzt ist er in seiner komischen anderen form aber wirklich eine schnitte hatte auch nicht mehr wir reden immer noch von uns oha mieser treffer oh 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 eieieie so mein freund gehen wir mal von aus dass es das für dich war und deinem schr verdrückt scheiße so jetzt aber dreieck so will papa das sehen jetzt brauchen wir auch die energie kiste es macht einfach nur riesig spaß dieses game zu spielen es ist so unglaublich weiter muss ich jetzt den beim junge voll treffer schmeißen weg bam junge so läuft das gern geschehen captain titan immer wieder gerne ein danke hätte mir vielleicht auch gereicht ne nur mal so zur info du penner wenn man wieder einfach über uns drüber mit boah okay jetzt müssen wir mal einmal gucken guck mal da fliegen sie schon da ist bestimmt gleich wieder was dass ich darüber fliegen muss oder so ach guck da oben sitzen sie ja ja wie scheiß biester ey ja komm mal her einmal zweimal dreimal und x einmal zweimal dreimal stehen wir zu ihr hier jetzt gehen wir zu ihr darüber so da kommen sie schon hoch gekrabbelt so wir sind drüben geil diese treffer kriegt ihr wieder leute haben sie konnten sie gerade noch abwehr meinen letzten move so pass mal auf dann holen wir uns den und laufen in dem da rein und du kriegst ihn ach scheiße so ich glaube hinten war aber noch was zum kaputt machen genau wieviel orbs brauchen wir für die nächste stufe wahrscheinlich dann 9000 8000 ok hier müssen wir gleich rausholen müssen wir auspacken nehmen wir schon mit nee wir warten noch pass auf dann holen wir erstmal hier das hier raus so da kommt aus der schubpakete genau so dann machen wir die bude hier auf so wenn ihr die olga so die frage wofür wir das auch wofür wir das hier gleich an und wofür wir dieses ding brauchen dieses explosionsteil ach wieder nur so ein bisschen schade eigentlich dafür hätten was gebraucht scheiße egal jetzt immer mitten im kampf scheißegal kriegt ihr von mir alles was ihr wollt so immer in your face so mit dem laufen wir jetzt in die massen hier rein so genau schmeißen den weg und nächster genau so nächster so noch fragen ich glaube kratos hatte einen schlechten schiss oder so leicht gereizt so sollen wir das schießding so sollen wir das ding hier einfach mal mitnehmen mal gucken man weiß nie wofür man es gebrauchen kann oder ist es schon verschwunden nö ja komm wir schieben es einfach mal mit scheißegal das finde ich bei dem teil hier geil du kannst mit den dingern einfach rennen sonst hab ich das immer übelst verlangsamt und jetzt kannst du einfach vollgas geben damit ja das war's hier magie brauche ich ja gut hätten wir dann da hinten vielleicht für warte mal komme ich da jetzt rein hätte ja sein können dass wir da dann an das tor reinkommen gerade hast du darfst die leiter hoch genau warte mal ne da kommen wir nicht drauf ist da oben drauf was ne ok man weiß es nicht man muss ja immer gucken ne ja 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 abfahrt junge stehst mir im weg dann mal runter jetzt hier auf dem kreis drauf oder was ab 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 und das sieht nach kampf aus ach da ist ja guck mal helio helios ist es nicht hermess heute was wollt ihr da machen was soll das wird das was soll das werden wir müssen das also da war dann machen wir dann aus ein zyklop weg 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 so direkt mal rein der gibt ihnen immer so weiß ich höre den reiten ja so will ich das sehen genau kommt mal her ja verpiss euch keine zeit für euch ich will mal hier an die an die olga sie an die heran alle weg hier ist mir scheißegal auf um zu spinnen viel was soll das weiter geht's so mag aber das so noch eine So, mein Sebel. Ich glaube, dir geht's jetzt an den Kragen, mein Freund. Na, nix wirst du, mein Freund. So sieht's aus. Ich seh nix. Achso, guck mal hier, wir können unseren... Ah, guck mal hier. Oh, mein Freund. Kannst du noch so viel Licht aus deinen Augen machen, oder wo? Ja, der macht das aus dem Mund. So. Okay, okay, okay. So, da leuchtet gleich gar nichts mehr, Junge. So, immer in your face, motherfucker. Warte, warte. Warte, warte. Ich verrate dir, um Zeus zu vernichten, musst du in die Flamme treten, um ihre Macht zu erhalten. Du lügst Helios. Efeistos hat gesagt, die Flamme tötet den, der sie berührt. Und du glaubst ihm? Dieser Verrückte würde vom Olymp verstoßen. Genau darum, ja. Mein Tod wird dich nicht zu Zeus führen. Da, erlst du dich gewaltig. Alter. Bam, Junge. Alter. Alter. Junge. Ich würde sagen, wir haben Helios Kopf erlangt. Und da wird es auch schon dunkel auf der Erde. Wir stürzen die Welt in Chaos. Oder ein Neuanfang. Helios Kopf, der Kopf des Sonnengottes, der auf unbarmherzige Weise von seinem Körper getrennt wurde. Naja, also... Sein Blick wird dir den Weg weisen. Aha. Aha, aha. Okay. Damit können wir dann auch bestimmt am Anfang diese... Diese komischen... Warte mal, können wir jetzt nicht hier so ein... So ein bisschen Licht in der Bude. Ja, bringt ja gar nichts, Junge. Oh, hier ist wieder hell genug, wa? Jo. Da sind die Ketten wieder. Der Pfad, der Eos. Okay, okay. Okay. Und mal gucken, was wir hier zu lesen bekommen. Der Pfad der Eos. Diejenigen, die sehen, was die Götter sehen, werden den Pfad zum Olymp finden. Hm. Ja, okay. Okay. So, weiter geht's. So, Helios. Dann mach uns mal schön Licht, du. Mit deinem... Mit deiner Lichtbirne. So, hier machen wir uns erstmal vollends Licht, weil hier muss ich, glaube ich, was kaputt machen. Ach, guck mal, das macht auch diese... Ah, damit kriegen wir das... Also, das macht auch... Ähm... Hier, die Vasen und so kaputt waren. Das will ich jetzt erstmal testen. Ja, Tatsache. Gucke. Sehr gut. Gut zu wissen, ne? So, nächster. Kommt mal alle an hier ran. Da... 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 Da werdet ihr... Oh, oh. Bom. Oh. So, weiter geht's. Fünf Treffer. Ja, nice. Da können wir ja jetzt mal hier die einfach zum Abstützen bringen. Das ist ein bisschen geil. Ja, dann kommt mal her hier, ihr scheiß Viecher. Treffer. Oh, der hat mich... Ich dachte, den hätte ich noch getroffen. Schade. Also, dahinten kann ich ja mit leben, aber da... Oh, oh, oh. Aber da unten sind noch so rote Kisten, ob wir da später hinkommen. Ja, guck mal, da kommen wir hinten raus. Da müssen wir dann mal gucken. Ach hier, guck mal. Hier ist wieder so ein... Ah, dann gehen die weg. Okay. Der lebt noch. Gibt's nicht. So. Weiter geht's. Alles fein ausleuchten. So, warte mal. Hier war das doch, ne? Ja. Sauber. Haben wir die auch gekriegt? Nächste... Nächste Fehler erlangt. Vielleicht kriegen wir jetzt mal ein paar mehr Orbs. Yo. Boah, 250 waren's. Da war die Kette. Ja, ich würde sagen, irgendwo war ja doch eine Kette. Hier kommt safe Gegner, Junge. Da sag ich doch. Runter mit dir. Kein Bock auf dich. So, nix. Ah, ich muss schon näher ran. Ich muss... Aber, lass das. Mag ich nicht. Aber du. So, weiter geht's. Oh, ich dachte, da kommt noch einer. Die Lampe muss man verstehen lassen. Ist ganz schön dunkel hier, ne? Guck mal, da oben steht schon wieder ein. Er steht da und wartet auf mich. Warte mal, der lebt noch. So, jetzt nicht mehr. Okay, da müssen wir rüber. Oh, letzter Moment. Da ist die Melodie wieder. Sind wir denn schon wieder so weit unten angekommen? So, da sitzt die Kleine wieder. Warte, was ist denn hier? Ach. Ich sagte doch, ich kann dir nicht helfen. Aber nur du kannst mir helfen. Ich weiß es. Ich vertraue dir. Tu das nicht. Ach, genau, tu das nicht. Das hätte ich jetzt auch gesagt. So. Gut. Machen wir das noch? Ja, Leute. Dann beende ich hier die Folge. God of War 3. Wenn euch gefällt, was ich hier tue, lasst mir ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Würde mich freuen, wenn wir dann zusammen weiter zocken würden. Und ihr auch immer wisst, was auf meinem Kanal los ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.